So Leute, heute mache ich jetzt nochmal ein kleines Let's Play über Clash of Clans mit Musikhintergrund. Viel Spaß beim Anschauen. So, heute sind wir in meinem Dorf. Ich muss jetzt die Pfanne reaktivieren, alles aufladen. Abholen habe ich alles. Blutkiste abholen. Wie ihr seht, habe ich König und Könige auf 11 und Königin auf 12 und Worte auf 10. Und Rathos 11. Und in 8 Tagen und 3 Tagen ist mein X-Bung of Level 3. Wir haben mittlerweile 2,3 Millionen. Weiß aber nicht, was ich damit anstellen soll. Wenn ihr meint, was ich zuerst upgraden sollte von dem Geld, bitte tut es mal in den Kommentare reinschreiben. Ich werde es auf YouTube noch hochladen dann. Suchen wir uns erstmal einen Gegner. Ja, der wäre dann schlecht, oder? Ja, der wäre dann schlecht, oder? Ja, der wäre dann schlecht, oder? Ja, der wäre dann noch einer. So. Wir haben 3,5 Stände. Ich tue mal neue Sachen ausbilden. 3 Level 5 Drachen. 3 Level 5 Perkers. Machen wir vielleicht noch 3 Heiler. Und vielleicht noch ein paar 12 Magier. Dann machen wir hier noch 3 davon. Davon einer. Und vielleicht brauchen wir noch die Barbaren auf Level 7, 3 Tage und 19 Stunden. Ah, ich bin demnächst auf Level 100. Passt, passt. Jo. Ist okay. Guck mal, dass wir nicht nur 10 ein paar Juwelen kriegen. Und wenn ich das schon in den Gold zusammen habe, werde ich schon mal eine Mauer upgraden. Wie ihr seht, habe ich schon ganz schön viel Loot, ganz schön viel hochgelevelt. Adler, Latte, Warden. Ja, schon alles, was es gibt zum Kaufen. Also alles. Wem das Video gefallen hat, würde ich gegen einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, was ihr zuerst upgraden könnt, schreibt es doch bitte dann unten in die Kommentare rein. Sehr cool von euch. Wenn es gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Danke fürs Schauen. Viel Spaß beim Anschauen.